Hey Freunde, damit kommen wir zur Penny-Herausforderung Phase 2 von 5. Baue Gebäude in Cracky Glyphs. Insgesamt müssen wir da 5 Gebäudeteile bauen. Cracky Glyphs haben wir natürlich hier oberhalb der Karte. Dazu landen wir jetzt hier einfach und müssen erstmal 50 Mats abbauen für die 5 Gebäudeteile. Sobald wir die dann haben, bauen wir hier jetzt einfach in meinem Fall jetzt hier eine Plattform. Zack, mit 5 Teile. So. Und wie ihr seht ist die Herausforderung damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao.